Hallo Freunde und herzlich willkommen zu diesem kleinen Informationsvideo. Ich wollte euch nur darüber informieren, dass ich jetzt auch einen zweiten Kanal habe, in dem ich fast täglich, würde ich sagen, halt so kleine private Videos hochlade, halt einfach so, wie es mir geht oder so, oder auch was ich jetzt Neues gemacht habe. Ich hoffe, ihr guckt rein und abonniert den auch, so wie mein Kanal. Ich freue mich jetzt, ich habe jetzt endlich die 36 Abonnenten und ja, ich hoffe, wenn es noch mehr werden, ich werde irgendwann mal, keine Ahnung, in den Sommerferien oder so, werde ich dann wahrscheinlich meinen Craft Java kriegen und dann werde ich auch richtig viele Videos machen. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, wenn ich das mit euch machen kann. Und ja, ich hoffe, es geht euch gut und ciao, bis zum nächsten Video.